Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über Wachstumsprobleme bei Nike, enttäuschte Erwartungen bei Levi's und eine deutsch-französische Rüstungsallianz. Im Thema des Tages geht es um den Absturz eines Immobilienfonds von Union Investment und was das für ähnliche Fonds bedeutet. Und in der AAA-Idee verraten wir euch, wie ihr euch das Anlegerwissen von prominenten US-Politikern zunutze machen könnt. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Philipp Vetter und Laurin Mayer aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Heute ist Freitag, der 28. Juni und wir wünschen euch einen aufregenden Start in den Tag. Gestern war der erste Tag ohne EM-Fußball in dieser Woche. Ja, und auch an den Börsen, da ging es eher ruhig zu. Der Dow legte gerade mal um 0,1 Prozent zu, der Nasdaq um 0,3 Prozent. Und in Deutschland, da machte der DAX ebenfalls ein Plus von 0,3 Prozent. Anleger warten diesseits und jenseits des Atlantiks gespannt auf die nächsten Konsum- und Preisdaten aus den USA. Davon erhoffen sie sich ja dann die nächsten Hinweise auf den möglichen Zeitpunkt für die erste Zinssenkung der FED. Schlechte Nachrichten, die gab es gestern nachbörslich von Nike. Der US-Sportartikel-Riese, der wächst nicht mehr. Der Umsatz der weltweiten Nummer 1 vor Adidas, der lag im abgelaufenen vierten Quartal mit 12,6 Milliarden Dollar. Währungsbereinigt nur auf Vorjahresniveau. Ja, vor allem hier in den USA, da kämpft Nike mit der Konkurrenz ziemlich neuer und hipper Marken, wie zum Beispiel Hoka oder der von Tennis-Star Roger Federer unterstützten On. Und nachbörslich ging es dann mehr als 5 Prozent ins Minus. Ist On nicht schon wieder gar nicht mehr hip? Naja, also an den US-Börsen, da gab es aber noch mehr Abstürze. Aktien von Levi's, also Levi's Strauss, die brachen um 15,4 Prozent ein. Denn der Jeans-Hersteller ist mit seinen Umsätzen im zweiten Quartal ja hinter den Erwartungen der Analysten zurückgeblieben. Außerdem hat die Apothekenkette Walgreens Boots Alliance ihre Gewinnprognose gesenkt. Das Unternehmen rechnet damit, dass das herausfordernde Umfeld in der Pharmaindustrie und die schleppende Verbrauchernachfrage bis ins Geschäftsjahr 2025 anhalten werden. Die Walgreens-Aktien, die brachen daraufhin um sogar 22 Prozent ein. Und in diesem Zusammenhang verloren dann auch die Aktien des Konkurrenten CVS Health um fast nochmal vier Prozent. Bei einem anderen Konzern, da ging dafür der Höhenflug weiter. Und nein, wir reden jetzt mal nicht über Nvidia, die verloren gestern nämlich 1,9 Prozent. Es geht um Amazon. Die Aktien des Online-Händlers, die stiegen um 2,2 Prozent, hatten zwischenzeitlich aber sogar einen Rekordhoch von 199,84 Dollar je Aktie erreicht. Amazon ist ja seit Mittwoch das fünfte US-Unternehmen, das mehr als zwei Billionen Dollar wert ist. Und die Anleger, die investieren laut Analysten wegen des anhaltenden KI-Optimismus und natürlich auch der Hoffnung auf Zinssinkung. In Deutschland konnten sich die Aktien von Schott Pharma kräftig erholen und sich ja dann sogar an die Spitze im Nebenwerteindex SDAX setzen. Sie gewannen 9,6 Prozent und stiegen auf 29 Euro je Aktie. Der Mainzer Pharma-Zulieferer hat gestern seine mittelfristigen Ziele nochmals bestätigt. Und das hat die Anleger beruhigt. In den vergangenen Wochen waren die Aktien stark gefallen und hatten vor knapp einer Woche bei 25,64 Euro sogar ein Rekordtief erreicht. Wir haben ja gestern schon über den Rüstungseffekt an den Börsen gesprochen und zwar am Beispiel Deutz. Jetzt haben wir schon das nächste Unternehmen, das davon profitiert. MTU Aero Engines will gemeinsam mit dem französischen Flugzeugzulieferer Safran ein Triebwerk für die nächste Generation europäischer Militärubschrauber entwickeln. Die beiden Unternehmen, die haben in dieser Woche eine Vereinbarung zur Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens unterzeichnet. Das soll EURER heißen, also European Military Rotor Craft Engine Alliance. Und die Aktie von MTU Aero Engines, die legte gestern um 5,6 Prozent zu. Das sind doch mal griffige Namen. Ich mache noch schnell die Termine hier am Freitag. Es finden Hauptversammlungen statt bei About You und BNP Baribas. In den USA gibt es, wie schon erwähnt, aktuelle Zahlen zu Verbrauchereinkommen und Ausgaben. Besondere Beachtung gebührt ja immer dem sogenannten PCI-Preisindex, der als das bevorzugte Inflationsmaß der FED gilt. Das Statistische Bundesamt in Deutschland veröffentlicht seine monatlichen Arbeitsmarktstatistiken, ebenso aktuelle Zahlen zu Außenhandelspreisen. Ja und dann heißt es wie immer, hoch die Hände, Wochenende. Eigentlich kommen wir ja immer erst am Schluss zu euren Mails, aber zu unserem heutigen Thema des Tages gab es auch schon Post von euch. Steffen hat uns geschrieben, denn er ist einer von ziemlich vielen Betroffenen, die in einen offenen Immobilienfonds von Union Investment investiert haben und diese Woche ihren Augen kaum getraut haben. Offene Immobilienfonds, die werden ja vor allem von Volksbanken und Sparkassen oft als risikoarme Anlageprodukte verkauft. Allerdings wachsen die Renditen dann eben auch nicht in den Himmel, aber immerhin ging es in der Regel langsam aufwärts. Umso geschockter waren die Kunden von Uni, Immo, Wohnen, ZPI-Fonds, als sie diese Woche in ihre Depots geschaut haben. Denn der Fonds hat innerhalb eines Tages ein Minus von 17 Prozent hingelegt. Damit ist die Gesamtrendite jetzt sogar negativ. Und das war auch mal eben der massivste Einbruch eines solchen offenen Immobilienfonds seit der Finanzkrise 2008, als diese Produkte ja schon mal extrem negative Schlagzeilen gemacht haben. Man muss auch sagen, dass das nicht irgendein Immo-Fonds ist, sondern einer der größten offenen Immobilienfonds am Markt. Zwischenzeitlich hat er ein Volumen von mehr als fünf Milliarden Euro und war sehr schnell gewachsen. Aber in den vergangenen Monaten, da ging es schon einmal um ein paar hundert Millionen Euro abwärts. Ja, aber in dieser Woche, da lösten sich dann quasi mit einem Schlag 800 Millionen Euro in Luft auf. Ja, wirklich Wahnsinn. Und der Grund für diesen Kurssturz war eine Neubewertung der Immobilienbestände, die mit dem Geld der Anleger gekauft worden waren. Und die Prüfer, die kamen da zu dem Ergebnis, dass das Portfolio eben nicht mehr 4,9, sondern nur noch etwas mehr als vier Milliarden Euro wert ist. Tja, und da stellt sich natürlich die Frage, wie konnte das jetzt passieren, dass Wohnimmobilien plötzlich so an Wert verlieren? Schließlich lesen wir ja alle ständig, dass Wohnraum knapp ist und die Mieten steigen. Wir haben bei Union Investment nachgefragt und von einem Sprecher eine ziemlich verklausulierte Antwort bekommen. Da heißt es, ich zitiere, exogene Einflussfaktoren haben zu einer neuen, unvorhersehbaren Situation auf dem Wohnimmobilienmarkt geführt. Es geht dann weiter. Durch Corona und Ukraine-Krieg habe es einen Angebotsschock gegeben, der die Inflation anheizt. Und das habe dann eben zum, Zitat, rasantesten Zinsanstieg seit fast 60 Jahren geführt. Ich zitiere weiter, der Transaktionsmarkt für Wohnimmobilien ist seitdem in eine Schockstarre gefallen. Das sagt zumindest der Union Investment-Sprecher. Dadurch seien die Bewertungen von Wohnimmobilien im gesamten Markt unter Druck geraten. Und das habe dann eben zur Reduktion des Anteilspreises geführt. Also wir halten fest, da braucht auf jeden Fall mal jemand Nachhilfe in Kommunikation. Das alles ist jetzt zwar nicht falsch, aber das müsste dann ja alle Immofonds gleichermaßen treffen. Und ja, tatsächlich sind viele der Immofonds am Markt seit Monaten unter Druck. Aber bislang gab es eben bei keinem einen solchen Kurssturz wie jetzt bei dem Produkt von Union Investment. Und Experten sagen, dafür gibt es auch Gründe. Als erstes muss man wissen, dass der Uni Immowohnen ausschließlich in Wohnimmobilien investiert, während die meisten anderen offenen Immobilienfonds zumindest einen Teil des Geldes in Gewerbeimmobilien investieren. Und in diesem Bereich kann man die ungünstigen Konditionen, starke stiegene Zinsen besser weitergeben. Denn die meisten Gewerbeimmobilien, die werden mit Indexverträgen vermietet. Das heißt, die Entwicklung des Mietpreises, die ist oft an die Inflation gekoppelt. Wenn die plötzlich stark steigt und dadurch auch die Zinsen anziehen, dann steigen eben auch die Mietpreise. Und damit bleibt der Wert dieser Immobilien stabiler. Hinzu kommt, dass die Immobilien des Uni Immowohnen zu 93,2 Prozent vermietet sind, laut Union Investment. Klingt erstmal nach viel, aber im Markt gibt es andere Wohnkonzerne, die deutlich weniger Leerstand haben. Das hilft dann natürlich auch nicht und das Portfolio unterscheidet sich noch in einem weiteren Punkt von der Konkurrenz. Die Immobilien sind im Durchschnitt deutlich älter. Experten glauben, dass das daran liegen könnte, dass der Fonds so schnell gewachsen ist und das Management das Geld dann möglichst schnell anlegen musste. Deshalb habe man wohl da nicht nur A-Ware gekauft. Bei Union Investment gibt man sich trotzdem optimistisch. Die, Zitat, operativen Indikatoren des Fonds seien positiv, behauptet der Sprecher. Nochmal ein Zitat. Insbesondere die intakten Fundamentaldaten auf dem Wohnimmobilienmarkt bieten weiteres Steigerungspotenzial bei der Vermietungsquote und stärken damit langfristig die Erträge des Fonds. Ja, da sind wir wieder beim Thema, wie klar kommuniziert man. Das muss jetzt natürlich jeder Anleger für sich selbst bewerten, ob er da den Union Investment Leuten glaubt. Tolle Zitate, ja wirklich. Aber viele Investoren in diesem und ähnlichen Fonds, die stellen sich jetzt jedenfalls die gleichen Fragen wie unser Hörer Steffen zum Beispiel. Der schreibt nämlich Aussitzen oder Anteile zurückgeben. Das Problem mit diesen Fonds ist allerdings, dass man sie nicht wie ETFs oder Aktien an jedem Börsenhandelstag einfach verkaufen kann. Das ist eine Lehre aus der Finanzkrise, als ein Run einsetzte. Viele Anleger wollten dann gleichzeitig ihre Anteile zurückgeben. Das hat die Fonds dann ganz schön in Bredouille gebracht, sodass sie nicht genug Liquidität hatten und Teile ihres Portfolios dann in Notverkäufen zu Geld machen mussten. Und das hat wiederum den Wert und den Kurs weitergedrückt und das haben dann viele Fonds einfach nicht überlebt. Inzwischen gibt es deshalb die Regel, dass die Kunden ihre Anteile erstens mindestens 24 Monate halten müssen. Und wenn sie sie dann zurückgeben wollen, dann müssen sie das unwiderruflich ankündigen und können dann aber erst nach einer weiteren zwölfmonatigen Kündigungsfrist dann die Anteile tatsächlich zurückgeben. Also wer sich jetzt entscheidet, dass er raus will aus dem Fonds, der bekommt erst in einem Jahr das Geld, das seine Anteile noch wert sind. Ja und Steffen schreibt, ich zitiere mal, laut meinem Berater werden derzeit massiv Fondsanteile zurückgegeben. Und den Eindruck bekommt man auch, wenn man sich in den einschlägigen Internetforen umschaut. Da berichten eben viele, dass sie rausgehen. Und Steffen schreibt weiter, dies hätte ja zur Folge, dass immer mehr Liquidität abfließt und immer mehr Immobilien in einem kritischen Markt verkauft werden müssten. Ergo werden die Verkaufserlöse vermutlich immer geringer und den letzten beißen die Hunde, fragt Steffen. Es gibt eine Alternative, die ist für die Anleger aber auch bitter. Man kann die Anteile auch an einigen Fondsbörsen, wie zum Beispiel der Hamburger Börse, handeln. Dann muss man die Fristen nicht abwarten, aber das hat einen deftigen Preis. Die Anteile, die bei der Ausgabe mal 50 Euro gekostet haben, die sind derzeit noch gut 42 Euro wert, wenn man sie bei Union Investment zurückgibt. Verkauft man sie über die Hamburger Börse, bekommt man aber sogar nur 36 Euro. Also nochmal knapp 15 Prozent Abschlag. Also schwierige Entscheidung, was man da macht. Schnelles Ende mit Schrecken oder doch halten und hoffen, dass Union Investment irgendwie recht behält und sich das Zinsumfeld und die Bewertung wieder verbessern. Allerdings müssen dann auch die übrigen Anleger gelassen bleiben. Union Investment betont jedenfalls, dass der Fonds eine Liquiditätsquote von 13 Prozent und damit deutlich mehr als die gesetzlich vorgeschriebenen 5 Prozent habe. Das soll dann wohl erstmal beruhigen. Am Ende muss natürlich jeder Anleger selbst entscheiden, wie er jetzt damit umgeht und wie es weitergeht. Aber zumindest sollte der Fall insgesamt nachdenklich machen, ob diese Immofonds tatsächlich das richtige Produkt sind. Dabei sollte man sich übrigens auch mal die Gebühren anschauen. Da kann man nämlich ganz schön staunen, wenn man sonst eher die ETF-Gebühren gewohnt ist. Da gibt es nämlich nicht nur einen Ausgabeaufschlag von 5 Prozent, sondern auch noch eine jährliche Verwaltungsvergütung von bis zu 1,5 Prozent und laufende Kosten von 1,9 Prozent. Ja, ob es das wirklich wert ist, das entscheidet ihr selbst. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr euer Geld am besten anlegt, dann solltet ihr euch an einem besser nicht orientieren, nämlich an Olaf Scholz, der Bundeskanzler, der hat ja in der Vergangenheit wiederholt erzählt, dass er selbst gar keine Aktien hält. Sein Motto lautet, alles aufs Sparbuch statt alles auf Aktien. Scholz selbst erklärt, dass mit möglichen Interessenskonflikten andere Politiker sind da nicht so zimperlich. Insbesondere bei dir in den USA gehört es ja fast schon zum guten Ton, dass man als Politiker ordentlich Rendite macht. Donald Trump, der sich heute Nacht als das erste TV-Duell mit Joe Biden liefert, der betont ja immer wieder, was er doch für ein findiger und erfolgreicher Unternehmer ist. Und das scheint bei vielen Amerikanern gut anzukommen. Ja, tatsächlich. Und das gilt auch konkret für Aktientrades. Da fällt vor allem eine immer wieder auf. Nancy Pelosi, die ehemalige Sprecherin des Repräsentantenhauses. Übrigens 84 Jahre alt. Und die Demokratin schafft es tatsächlich regelmäßig, den Markt zu schlagen. Quasi die weibliche Warren Buffett unter den Politikern. Und wenn man sich mal anschaut, was Pelosi so gekauft hat, dann muss man ihr auch wirklich ein gutes Händchen zugestehen. Alle blutjung, diese Top-Politiker in den USA. Im November hat sie Nvidia-Aktien gekauft. Und allein damit ein Plus von mehr als 150 Prozent erzielt. Dabei hat sich Pelosi auch schon in den Jahren zuvor Papiere des Chip-Herstellers ins Depot gelegt. Sie hat das Potenzial also offenbar früh erkannt. Außerdem hat sie zuletzt noch Aktien von Palo Alto Networks gekauft. Darüber hinaus hat sie vor allem Schwergewichte im Depot Apple, Microsoft, Alphabet oder auch Disney. Wobei, fairerweise muss man sagen, nicht alle Aktien gehören ihr selbst. Es zählen auch die Anteilsscheine ihrer engen Angehörigen dazu, vor allem ihres Ehemanns. Auch andere sind ziemlich umtriebig. Mitch McConnell zum Beispiel. Oder auch hier korrekterweise, das ist ein enges Umfeld. Der republikanische Minderheitsführer im Senat, der war ja in den vergangenen Monaten mal für den ein oder anderen Aussetzer gut. Ich erinnere mich da an Interviews, in denen er urplötzlich verstummt ist. Aber bei seinen Aktientraids... Ist ja auch ein junger Hupfer, ne? Absolut, ja. Das stimmt. Das ist wirklich Wahnsinn hier. Aber immerhin bei seinen Aktientraids. Da scheint er noch voll auf Höhe zu sein. Er hat nämlich über die vergangenen Jahre vor allem Wells Fargo Aktien gekauft. Und die waren wirklich kein allzu schlechtes Investment. Auf Jahressicht, da notiert die Aktie der US-Großbank so ungefähr 40 Prozent im Plus. Warum erzählen wir euch das Ganze? Wenn man sich in verschiedenen Anlegerforen umschaut, dann scheinen in den USA doch zahlreiche Privatanleger auf die Entscheidungen der Politiker zu vertrauen. Und sie begründen das mit der guten Informiertheit der Abgeordneten und Senatoren. Die kennen schließlich viele Unternehmensbosse persönlich und wissen wohl am besten, welche politischen Chancen und Risiken für ihre Anlagen bestehen. Das ist zumindest das Argument dieser Anleger, die dran glauben. Aber selbst wenn ihr das Bild vom allwissenden Politiker jetzt nicht teilt, weil es eben genug Leute in den USA gibt, die eben darauf vertrauen, was die Politiker kaufen und verkaufen, kann ja allein das auch schon den Kurs beeinflussen. Und dass es eine reale Nachfrage gibt, beweist jetzt auch die Entscheidung von Tuttle Capital Management. Der Vermögensverwalter, der will nämlich einen eigenen ETF aufsetzen, der dann die Aktienkäufe von wichtigen US-Politikern automatisch abbildet. Einen entsprechenden Antrag hat der Gründer Matthew Tuttle bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht und heißen soll der ETF dann Congressional Trading ETF. Könnte eigentlich auch Senior Trading ETF heißen. Damit sind Tuttle Capital Management nicht die Ersten. Es existieren schon der Subversive Unusual Wales Democratic ETF und der Subversive Unusual Wales Republican ETF. Die Namen, die verraten es schon, dass der Unterschied in der Parteizugehörigkeit der gespiegelten Politiker liegt. Der Demokraten ETF hat seit Jahresbeginn eine Rendite von fast 20 Prozent abgeworfen. Das ist mehr als der S&P 500. Das Republikaner Pendant, das lief nicht ganz so gut. Da war es ein Plus von 10 Prozent. Jetzt gibt es allerdings eine schlechte Nachricht. Noch sind die ETFs nicht in Deutschland handelbar. Da müsst ihr euch gedulden, sofern ihr die Idee spannend findet. Es gibt aber auch eine gute Nachricht. Die ETFs existieren natürlich deshalb, weil US-Politiker gesetzlich dazu gezwungen sind, ihre Trades offen zu legen. Und das in der Regel schon spätestens 30 Tage nach dem jeweiligen Trade. Wobei auch hier gilt, fairerweise, es sind eben nicht nur die Trades der Politiker selbst, sondern eben auch jene der engen Angehörigen. Die müssen nämlich ebenfalls gemeldet werden. Das machen sich auch Plattformen wie CapitalTrades.com zu Genutze. Die haben eine ziemlich gute Übersicht darüber, wer gerade was zu welcher Summe kauft oder verkauft. Solltet ihr also das Argument für stichhaltig halten, dass Politiker besonders gut informiert sind und genau das aus ihnen bessere Anleger macht, dann kann man da vorbeischauen und einfach mal checken, was die gerade so in ihr Portfolio legen. Wie sehr ihr den Politikern als Anlageberater vertraut, das müsst ihr natürlich jetzt selber wissen. Die Frage ist nur, das Sparbuch von Olaf Scholz, da sollte man vielleicht sich nochmal nach Alternativen umschauen. Ja, das stimmt. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns wie immer über euer Feedback. Schreibt uns eine Mail an AAA, also aaa-at-welt.de oder hinterlasst uns eine Bewertung in eurem Podcast-Player. Benjamin hat uns geschrieben, er ist gerade mit seiner Tochter in der Reha und hört beim Warten AAA. Wir wünschen auf jeden Fall gute Besserung. Ihm kam dabei jedenfalls die Frage, was die besten Gesundheitsaktien sind. Tja, Benjamin, welches die besten sind, das liegt ja wie immer im Auge des Betrachters. Aber wenn du an die Zukunft des gesamten Gesundheitssektors glaubst, dann kannst du dir ja mal ETFs zu dem Thema anschauen. Da gibt es durchaus einige, zum Beispiel den iShares MSCI World Healthcare Sektor oder auch den X-Trackers MSCI World Healthcare ETF. Wir packen die WKNs wie immer in die Shownotes. Und morgen gibt es natürlich auch wieder eine Samstagsfolge. Holger und Nando haben den Architekten der EZB, den ersten Chef-Volkswirt Ottmar Issing, zu Gast. Und sie reden natürlich über Frankreich vor den Wahlen, die Stabilität der Eurozone und darüber, was Issing denn den nächsten Generationen so rät. Das solltet ihr nicht verpassen, deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Und wir hören uns dann morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Und wir hören uns dann wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.